Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Keep Talking and Nobody Explodes mit Stinn. Hallöle. Bist du heute ans Anrufer geschwommen einmal kurz oder was? Nur ganz kurz für fünf Minuten. Das sind so meine täglichen fünf Minuten. Der schwule Moment des Tages, alles klar. Section 4. Needy. A small wrinkle. Nee, eigentlich bin ich einfach nur mit dem Finger über Köln gefahren, wirst du? Achso, jetzt kommt mir bekannt vor. Ich bin auch manchmal, wenn da an der Autobahn steht Köln, dann winke ich immer so ab. Dann knickt die Handgelenke so runter. Richtig. Something is different about this bomb and it demands attention. Fünf Minuten, sechs Module, ein Streich. Wir sind jetzt bei mir in Section 4. Böse Sache. Diese Section heißt Needy und ich habe das schon mal in anderen Videos gesehen. Da kommen jetzt Sachen dazu, um die ich mich zwischendurch immer mal kümmern muss. Sowas wie der Wecker. Nur, dass es halt nicht einfach nur nervt, sondern wenn du dich nicht darum kümmerst, explodiert die Bombe. So, wir haben Cables. Vier Stück. Na, dann sag mir doch bitte mal, welche Seriennummer ist da? Seriennummer? Wie kommst du denn auf die jetzt? Letzte Ziffer. Letzte Ziffer. Ist eine vier. Gut, ist das rote Kabel dabei? Jo, eins. Ähm, ein rotes Kabel, so. Habe ich gesagt. Gibt's blaue Kabel? Wenn ja, wie viele? Nein, null. Gibt's gelbe Kabel? Zwo. Zwo, durchtrenne das letzte Kabel. Huch, huch, oh, ich muss was machen hier. Äh, äh, was muss ich machen? Mich langweilen mich hier so lang. Ah, okay, ich hab verstanden, wie das Ding hier funktioniert. Äh, Verzeihung, ich, ähm, wir haben einen roten Detonate-Knopf. Ein roten Detonate-Knopf. Ah, das ist ein Kondensator und den muss ich entladen. So, dann geht die Zeit wieder hoch. Gibt es mehr als eine Batterie? Du kannst Fragen stellen. Zwei. Zwei Batterien, sagt er. Dann tipp den Knopf nur an. Lebt denn wohl, der Knopf. Gut. Ähm, äh, Sternchen-LED-Kabel. Weißt schon. Jo, jo, bin schon auf dem Weg, in die Handbücher zu suchen. Sternchen-LED-Kabel. Blau mit Sternchen. Ich würde das nur gedummelt machen. Blau hat Stern, Sekunde, Sekunde, Blau und hat ein Sternchen. Dann sind wir dort. Ähm. Ich halte einfach gedrückt jetzt. Ha! Boom. Ups. Nein, alles gut. Hat die Bombe parallel in Bord? Parallel war der breite, ne? Ja. Dann durchtrenne er das Kabel. Das war falsch. Was? Kann nicht sein. Finn hat schon wieder Fehler gemacht. Ach, du erzählst Sachen. Du denkst dir Sachen aus. Dachte der... Ach, ja, ich hab mich echt vorguckt. Überraschung. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Rätri. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Nächstes Kabel. Sag an. Wir sind explodiert, Stinn. Wir haben nur einen Streich. Sag das doch. So. Nochmal, Sternchenkabel. Üben wir nochmal. Blau mit Stern und LED. Blau mit Stern und LED. Ruflich. Also einmal mit alles. Und schade für Salbe. Einmal mit alles. LED ist an. Das ist ein paralleler Port, Leute. Sag doch mal. Ich glaube, das ist der parallele Port. Nicht durchtrennen. Okay. Ähm, rot mit alles. Rot mit alles. Rot. Nicht durchtrennen. Okay. Blau ohne alles. Blau ohne alles. Wo ist denn blau? Blau war jetzt das da. Die letzte Ziffer der Seriennummer ist. Gerade oder ungerade? Ein 1. Ungerade. Ungerade. Dann lass das Kabel in Ruhe. Jawohl, Sir. Weiß mit Stern. Weiß mit Stern. Das dauert. Das dauert. Nicht durchtrennen. Mhm. Blau mit LED. Blau mit. Ähm. Also müsste ja dann, wenn du alles vorher richtig hast, müsste das durchtrennbar sein jetzt. Sind mehr als zwei Batterien? Äh, nee, es sind doch. Ja, mit Abstand. Dann durchtrennst du es, wenn es mehr als zwei sind. Wusste ich. Zack. Hat aber nicht gereicht. Da fehlt vorne noch was. Da fehlt vorne noch was? Hast du wieder was falsch geguckt? Ja. Blau mit alles. Rot mit alles. Blau ohne alles. Und weiß mit Stern. Alles. Gut, dass wir so unendlich viel Zeit für die Bombe haben. Schon die halbe Zeit rum und wir sind noch beim ersten Modul. Prima. Macht wieder Spaß mit dir. Freue mich sehr. Entschuldige. Entschuldigen Sie bitte, Herr Finn. Entschuldigung akzeptiert. Rot mit alles. Blau mit alles. Hab ich gesagt. Mhm. Das ist beides. Malet euch trennen. Das Kabel nicht. Dann kannst du das, das, äh, äh, das, das andere sein. Dann haben wir blau ohne alles noch. Blau ohne alles. Und weiß mit Stern. Ich drücke mal hier auf den Kondensator der Malen. Weiß. Was für ein Kondensator? Na, der Nidi. Den muss ich zwischendurch drücken. Dann läuft eine Zeit runter. Und wenn ich den zwischendurch nicht entlade, dann explodiere ich. Das ist ja beruhigend. Kommst du auch noch hin? Weiß mit Stern. Punkte. Hui. 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 Kinder, guckt euch das nicht. Ah, doch ich trenne das Kabel, bitte. Welches denn jetzt? Das weiße ohne, äh, das weiße mit Stern. Ja, hat funktioniert, aber fehlt immer noch. Was? Schön. Und zwei Drittel der Bomben seid schon rum. Das wird ja prima. Dann ist es, dann ist es das blaue Kabel, was noch durchtrennt. Das blaue ohne alles, das ist es? Blau ohne alles. Du hast gesagt blau ohne alles. Ja, ich habe einmal blau mit alles und einmal blau ohne alles noch. Dann den mit alles. War auch richtig. Hat aber immer noch nicht gereicht. Willst du mich jetzt langsam? Ja, noch eine Minute 40. Wollen wir sie noch beim ersten Modul? Es läuft bei uns. Dann ist es das rote mit allem, weil das blaue mit allem ist es definitiv nicht. So, richtig. Jetzt hat es gereicht. Wir haben normale Cables. Zwei, vier, fünf Stück. Wir haben noch eine Chance, wenn wir jetzt gut sind. Fünf Kabel. Letztes Kabel ist schwarz. Richtig. Oh, er weiß aber nicht. Seriennummer, ungerade, ne? Äh, äh, ungerade, ja. Dann durchtrennt das vierte Kabel. Eins, zwei, drei, vier. Richtig. Äh, gelber Button mit Press. Gelber Button mit Press. Ja, nur eine Minute. Komm, komm, komm. Gib ihm. Zieh, Junge, zieh. Jetzt schreibe ich nicht an, Finn. Zieh doch. Zieh. Halt ihn gedrückt und sag mal, er kriegt die Farbe. Es ist blau. Es ist blau. Dann halt bei vier, lass los. Oh, shit. Das kostet mich jetzt zehn Sekunden. Ah, nee, gar nicht wahr. 49. Haha. So, jetzt lustige Symbole. Zweimal. Zack, zack, zack. Ähm, CE. Copyright C. Gespiegeltes K. Weißer Stern. Copyright CE. Gespiegeltes K. Weißer Stern. Okay, dann haben wir C mit Punkt. Äh, Smiley. Äh, Teufelsdrei und einen ausgefüllten Stern. Nochmal, bitte. C mit Punkt. Smiley mit Zunge. Ausgefüllter Stern. Teufelsdrei. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Teufelsdrei. Smiley. Und was war das letzte? Äh, was jetzt? Der ausgefüllte Stern. Smiley hab ich. Ausgefüllte Stern, okay. Smiley. C. Teufelsdrei. Stern. Oh, das war nasty. 7 Sekunden. Oh, puh, puh, puh. Hättest du, äh, schaff, dass wir das noch schaffen, nachdem wir 17 Minuten für das erste Modul gebraucht haben oder so? Krass. Bitte was? Puh, das war spannend. Der an mir zweifeln tut, das fass ich nicht. Dit war spannend. Gut, nächster. Das ist nicht, dass der Typ an mir zweifelt. Na, völlig zu Recht, oder nicht? Bitte was? Du kannst deine Bomben gleich alleine entschärfen, wer doch hin. Keep your eye on the price and also the clock. 5 Minuten, 5 Module, 1 Streich. Ja, wunderbar. Das scheint sich durchzusetzen mit dem 1-Strike hier. Gefällt mir gar nicht, wenn meine... So, mal an das Licht hier. Komm, komm, wir haben doch keine Zeit. Ach man, Herr Spiel, echt. Äh, lustige Symbole, komm. Ähm, Lambda, komisches Gebilde. A mit Pimmel und C mit Punkt. Also umgedrehtes C mit Punkt. Ja, Sekunde. Nur mal Zeit. A mit Gebaumsel, hast du gesagt. Lambda, C mit Punkt. Und das letzte war? Das komische Symbol mit dem 4 Beinen. A mit Pimmel, Lambda, komisches Gebilde, C Punkt. Läuft bei uns. 6 Cables. 6 Cables. Okay. Gibt es gelbe Kabel? Nö. Ist die letzte Serie, ist die Seriennummer gerade oder ungerade am Ende? Gerade. Gerade. Es gibt kein weißes Kabel, hast du gesagt. Doch, 3. Nach gelb hast du eben gefragt. Nach gelb, ja. Weiße Kabel gibt es allerdings 3 Stück. Okay. Aber gelb gibt es keine. Richtig, immer noch. Äh, gibt es rote Kabel? 2. So, ich trenne das 4. Kabel. 1, 2, 3, 4. Läuft bei uns. So, Buchstaben-Salat. Bist du bereit? Erster Buchstabe. O. M. T. J. H. K. O. Letzter Buchstabe. Sekunde, so schnell war ich nicht. Ich suche immer noch das. Da ist es. Traurig ein bisschen. Noch mal. Ich muss kurz den Kondensator entladen. O. M. T. A. Warte, ich muss den Kondensator entladen. O. M. T. J. H. K. Ja. O. T. J. K. Machen wir mal den letzten. T. J. K. Ja, das sind's alle. Letzter ist R. E. F. O. Y. S. Ja, das war's. Was? Y. S. R. E. F. Y. S. Einer fehlt mir. R. E. F. O. Y. S. O. Danke. So, jetzt streit's. Du kannst mir noch mal den Mittleren bitte durchgeben. H. A. W. B. V. U. H. So. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Haben wir noch irgendwas? Äh, Zahlenrätsel. Dann könntest du nicht nebenher. Okay. Sein. Krieg mir aber schon mal aufschreiben, was da unten drin steht. Kannst du Haus einsetzen? H. O. U. S. E. A. Haus. In the middle of a street. A. A. Kann ich nicht. Ich habe am zweiten Platz kein O. Kein O, sagt er. Okay. Sage ich. Glaubst du mir etwa nicht? Doch, ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Noch nicht. Probier mal Other. O. T. H. E. R. O. T. H. E. R. Zucker. Ähm. Dann haben wir noch. Zucker. Ah, dann haben wir noch Zahlenrätsel. Zahlenrätsel. Dann sag mir doch mal die erste Ziffer. Drei sage ich. Drei sagte er. Dann drücke in dritter Position den Knopf. Das überrascht mich nicht. Und eine Vier. Nicht? Ähm. Selbe Position wie in Stufe Eins. Hat er. Und eine Drei. Knopf in dritter Position. Ist ja immer das gleiche. Kann ich nur nicht ändern. Ähm. Und eine Zwei. Knopf in erster Position. Endlich mal was anderes. Pff. Und eine Drei. Selbe Aufschrift wie in der vierten Stufe. In der vierten Stufe. Das ist das. Richtig. Geschafft. Tach Bomben. Easy peasy. Kleiner Funfact übrigens am Rande für unsere Zuschauer. Wenn ihr auf den Wecker beim Lieben Finn seht. Seht ihr die Original Uhrzeit, wann wir aufnehmen. Und das ist heute mal wann ganz anders als sonst. Ja. Ja. Das ist. Ja, die Uhrzeit stimmt ungefähr. Nur zwölf Stunden verschoben. Ja gut. Haben wir noch. Warte. Ich gucke mal kurz hier. Wie das sagt. Ja. Machen wir. So. The Knopf. Machen wir was auch dafür. Nee. Die Knopf need the most attention. Na. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das Needy wird ja auch viel Spaß machen. Das. Da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Gott sei Dank bin ich da ja noch nicht. Ist erstmal nicht so schwer. Aber. Ach. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie viele Module. Wie viele Strikes. Wahrscheinlich ein Strike. 27.000 Module. Was denn das? Bitte. Oh ja. Bitte. Was bist du denn? Alter. Wir haben Wörterrätsel. Und ich habe ein No drin stehen. Ich habe keine Ahnung. No. Wie das hier funktioniert ehrlich gesagt. Unten rechts bitte. Middle. Middle of the street. Okay. Pass auf. Erstes Wort. Blank. Ready. Okay. Check. Hat sich schon erledigt. Gut. Läuft bei uns. Lead. Mit Doppel E. Mit Doppel E. Unten links. Next. Next. Ich suche in der Liste nach dem nächsten Wortmoment. Bitte. Du kannst ja weiter mal unsere Leute unterhalten. Die da am Zuschauen sind. So. Ein Wort mit Fragezeichen. Hat er. Ein. Seis. 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 S am Ende. Unten rechts. Blank. Okay. Wait. Right. Okay. Ada. Wunderbar. Was muss ich machen? Äh. 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 Ich habe keine Ahnung, was es soll. Äh. Wir haben lustige Symbole. R ohne senkrechten Strich. Copyright C, C, E und gespiegeltes K. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ehrlich gesagt. Ähm. Äh. Copyright C, K, R und. Fin. Was habe ich noch gesagt? C, E. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Es ist. Äh. Ich. Kann ich dir trotzdem schon durchgeben, ja? Was muss ich? Äh. 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 Die sind explodiert. Du hast eine Menge Spaß mit dieser Bombe. Es ist der, 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 der Knob. Also dieses Nidi-Ding, das ist mir völlig unbekannt. Und da leuchten Dinger und... Ich glaube, da musst du mir... Oh, die muss ich dir sagen. Und du musst mir dann sagen, glaube ich. Ich glaube, so ist es. Aufmerksamkeitssuchende Module. Richtig. Aber wisst ihr was? Das machen wir heimlich. Bereiten wir uns darauf vor. Zwischen den Folgen nämlich. Bis dahin sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach du Scheiße. Und tschüssli Müsli. Du musst auch tschüss sagen. Danach können wir hier weiter suchen. Alles klar. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.